Jerry B. Anderson on the way, Alter, total heiser. Ich glaube, dass die Leute, meine smarten Bergenfreaks, dass die denken würden, was treibt Jerry B. Anderson jetzt mitten in der Nacht auf der Kyle-Line, on the Kiel-Linie. Aber ich muss ja mal ganz kurz was präsentieren, ihr kleines Flasher, was auch passiert. Kennt ihr noch Katharina, Wackernagel, Borowski und die heile Welt, ihr Splasher, könnt ihr euch erinnern? Katharine, wir sind jetzt am Drehort, ich gehe jetzt mal richtig schön ran vorbei, hier ist Splasher, ich bin am Original-Point. On the original point of no return with the insects in my lifetime. Und danach gehe ich in Forest, Alter, mitten danach gehe ich in Forest, mir doch scheißegal. Katharine, Wackernagel. Original point of no return with the insects in my life. Alter, ist das Dark hier. Haben die kleinen Sticker jetzt dicht, oder wie? Die können no return. Die machen dicht, die kleinen Splasher machen dicht. Es ist nicht zu acceptaten. Ich muss ganz ehrlich mal mit denen ein ordentliches Wort talken. Aber die haben hier eine kleine, schöne, kleine, eine kleine Sandkiste haben die hier, Alter. Sonst kannst du nicht sehen, sonst kannst du dazu nicht sehen. Gehen wir mal rum. Hier war die Hintertür. Bauer, Alter, Tatenbang. Jerry B. Andersen, all the plays. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz präsenten, Alter. Voll dark. Aber sonst alles normal. Tschüss.